Yo, Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play. Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer. Ähm, ja, wie soll ich anfangen? Bei mir darfst ihr auf jeden Fall kein High Quality Gameplay erwarten, da das Game erst eben rausgekommen ist und wir 0 Uhr haben. Ja, alles klar, mein Name ist so beschissen wie noch nie. Okay, da kommt der Nächste. Na, ist meistens so, die rennen nur zu zweit oder sowas rum. Das ist... Mit der MP kriege ich sie nicht tot. Das ist... So, hier. Alles klar. Ja, kritisch, kritisch, mahittisch. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Grafikkarte, denn das Spiel läuft nicht so flüssig, wie ich es gerne hätte. Dabei, naja. Und das ist so die minimalste Einstellung, kann man schon fast sagen. Aber es schaut trotzdem solide, hübsch aus, ne? Alles klar. Man darf nicht reden, während man spielt. Es eskaliert. Es eskaliert. Hier, ab in den Rücken rein. Da tut's kein Schwein. Hä? Keine Ahnung. Spät in der Nacht. Wen habe ich da wachgemacht? Nein, Traum. Nein, Traum. Alles klar, in das Loch wollte ich jetzt nicht reinfliegen. Wo sind die denn? Wo sind die Gegner? Ich finde keinen. Hier. Oh, das war gut. Das... Du auch, hier. Ja. Ja. Alles klar. Wollen wir unseren Feindlichen Bogen testen. So, ein paar Runden habe ich schon hinter mir. Die Map kenne ich nicht. Alles klar, Bogen verschenkt. Schon wieder. Da hilft nur eins. Lass mal gucken. Wo ist die Drohne? Da ist sie. Hier wird nichts mit der Drohne rumgeguckt. No, is not. Ich sehe auch irgendwie die Gegner nicht mehr, ne? Das ist ein Tauber-Spiel. Da ist ein Lutscher. Den kriege ich. Klar, der ist entkommen. Ich habe... Ich... Der hat mich jetzt gekriegt, ne? Das ist... Das wäre genau der Herzinfarkt, den ich brauchte, um das Spiel nicht mehr zu spielen. Ja, ist in Ordnung. Alles klar. Na gut, wäre ich vielleicht ja gelaufen, hätten die mich auch bekommen. Es ist ein Teufelskreis, Freunde, der Siebenson. Na, darunter fliegen will ich jetzt nicht. Hallo. Jo, habe ich beide gekriegt? Ne, nur ein. Feindlicher Hellstorm unterwegs. Da bin ich doch gleich tot, Digga. Erstmal hier rein. Erstmal hier rein, Sepp. Hier kann man jetzt schön rein. Jo. Habt ihr das gesehen? So was meinte ich. Ja, tschau, 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 tschau. Ich drehe hier durch. Es dauert nicht mehr lang. Hat mich wer verfolgt? Nein. Alles klar. Mit der MP kannst du es komplett vergessen. Distanz. Die ist stark, nur in Nahkampf. Vor allem, ich habe nicht mein Ziel drauf. Die Waffe habe ich erst frisch gekriegt. Waffe habe ich erst frisch bekommen. Außen mal die. Kommt zu mir, meine sieben Sonnen. Ich brauche eure Energie. Was war das? Bestimmt einer dieser Spezialfertigkeiten. Sehr schön. Alles klar. Super Stats. Ja, das war eine kleine Runde. Black Ops 3 Multiplayer. Es ist spät. Verzeiht mir für das schlechte Gameplay. Es geht mir besser. Oder vielleicht auch komplett grottig. Macht's gut. Und hau da rein.